Liebe Eurotops Kunden, ich habe gerne alle Schlüssel am Mann, aber da kommt so einiges zusammen. Das sind die Schlüssel für Haustür, Briefkasten, Fahrrad und dann kommen auch noch alle Schlüssel dazu, die ich hier bei Eurotops tagtäglich brauche. Ich habe darum den KeySmart für mich entdeckt, aber sehen Sie selbst. Vom schweren Schlüsselbund zum leichten KeySmart Entdecken Sie den neuen Schlüsselorganisierer. Wie die Klingen eines Schweizer Taschenmessers liegen die Schlüssel übereinander, platzsparend für bis zu acht Schlüssel. KeySmart ist aus federleichtem Flugzeugaluminium. Er trägt in der Hosentasche nicht auf. Zum Auswechseln öffnen Sie einfach mit einem Geldstück die Schraube. Sie finden mit dem Schlüsselorganisierer auf Anhieb den passenden Schlüssel. KeySmart ist leicht und trägt in der Hosentasche nicht auf und ist für bis zu acht Schlüssel. Mit Öse für den Autoschlüssel, denn er passt sich Ihren Bedürfnissen an. Also meine Taschen beulen nicht mehr aus, seitdem ich KeySmarter bin. Vielleicht ist das auch eine clevere Lösung für Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lars Kilander Eurotops Neuheiten aus aller Welt